Er will leben, will wieder heim, raus aus dem Lärm hier, zurück, wo die Vögel noch zwitschern und der Donner und das Geschrei weit, weit weg sind. Er will leben, einfach nur leben. Wer? Er oder der andere? Ein einziger Moment entscheidet. Eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir? Ihn hat sie weggerissen, er liegt zu meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir. Als Ludwig Uland vor gut 200 Jahren das Lied vom guten Kameraden schreibt, versucht sich Halbeuropa von Napoleon zu befreien. Unzählige Menschen sterben. Für die oben, weit weg in ihren Regierungszimmern, sind sie nur Kanonenfutter. Daran, dass Soldaten Gefühle haben oder ein ganzes Leben, das noch vor ihnen liegt, denkt dort kaum einer. Erst das Lied, das in den folgenden Jahrzehnten unglaublich beliebt werden sollte, findet Worte dafür. Ich hatte einen Kameraden, einen bessern findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und Tritt. Da geht einer mit. Er lebt, was man selbst erlebt. Ist da, wenn man jemanden braucht, zum Weinen, Lachen und um ein Stück Brot gereicht zu bekommen, wenn man selbst nichts mehr hat. Ein echter Kamerad, ein Gefährte, einer, der dich nicht alleine lässt. Alleinsein ist das Schlimmste. Also nicht das Alleinsein und Ausruhen und seine Ruhe haben, sondern die Einsamkeit, das Verlassensein. Die lassen Menschen manchmal Seltsames tun. Der Verwalter in Jesu Gleichnis zum Beispiel hat fürchterliche Angst, dass er nun auch noch das Nötigste verliert, das er zum Leben braucht. Gerade ist ihm gekündigt worden, da sieht er das Schlimmste auf sich zukommen. Betteln will er nicht. Graben kann er nicht, sagt er. Er wird verhungern, wenn er keine Lösung für sich findet. Und die Einzige, die er sieht, ist auf jeden Fall noch schlimmer als das Verschleudern des Besitzes, für das er seinen Hut hat nehmen müssen. Er lässt falsche Schuldscheine ausstellen, wohl um sich bei den anderen lieb Freund zu machen, und schädigt seinen Herren so umso mehr. Der Kamerad im Lied, auf dem Schlachtfeld, hat keine Zeit mehr, sich zu überlegen, was er noch tun könnte. Die Kugel kommt geflogen. Keine Zeit, um sich schützend über den anderen zu werfen oder davon zu laufen oder selbst zu feuern. Seine Situation ist für diesen einen Moment ausweglos. Und im nächsten Moment ist er tot. Zurück bleibt sein Kamerad, der von ihm als dem Guten singt. Und der hat eigentlich auch keine Zeit, aber dann doch nur für einen Moment, in dem er eine Entscheidung trifft. Er entscheidet dem Sterbenden nicht die Hand zu reichen, sondern weiter zu kämpfen, wie es im Lied heißt. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad. Kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Der andere kämpft weiter, klar, auch um sich selbst zu schützen und weil er dem anderen wohl eh nicht mehr helfen kann. Er lädt nach und lädt damit die Schuld auf sich. Er kämpft um sein Überleben und verweigert dem Sterbenden den letzten Freundschaftsdienst, die Hand zum Beistand. Er darf leben, der andere ist tot. So dramatisch ist die Situation in der biblischen Geschichte nicht. Kein Grund, mit solchen Betrügereien anzufangen, würde ich sagen. Ein wenig kann ich den Verwalter in seiner Not verstehen, wie er da im Affekt handelt. Aber nur ein wenig. Es ist doch nichts Schlechtes dabei, sich beim Arbeiten die Hände schmutzig zu machen. Auf der anderen Seite hat er aber recht. Sich zu unmenschlichen Bedingungen den Rücken krumm zu machen, für kaum ein Auskommen und mit der immerwährenden Angst, dass man dabei vielleicht selbst verschüttet wird, das würde ich auch nicht wollen. Der Verwalter will einfach nur leben. Der Kamerad will einfach nur leben. Der eine betrügt, der andere lässt den Sterbenden allein. Wenn Menschen in unmenschliche Situationen kommen, ziehen sie leicht Schuld auf sich. Die, die über sich hinaus wachsen, sind wenige und gehen deshalb in die Geschichtsbücher ein. Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, Graf von Stauffenberg oder Jesus selbst. Jesus selbst. Manche, die über unsere so schwierige Bibelgeschichte stolpern, sagen, der Verwalter ist niemand anderes als Jesus selbst. Er verteilt Gottes Liebe verschwenderisch. Er erlässt Menschen einfach so die Schuld, ohne irgendeine Gegenleistung zu fordern. Mit dieser Deutung wird auch das Absurde in der Geschichte klarer. Denn am Ende wird der Verwalter von seinem Herrn gelobt. Klug hat er gehandelt. Richtig hat er es gemacht. Wenn Jesus der Verwalter ist, dann ist niemand anderes als Gott selbst der Herr, der hier einmal mehr ein Gerechtigkeitsverständnis an den Tag legt, das mir fremd ist und bleibt. Gott will, dass wir frei von Schuld leben. Gott will, dass seine Liebe uns wirklich erreicht. Gott will, dass wir leben. Trotz der Schuld, die wir auf uns ziehen. Keiner von uns hier mehr in irgendwelchen Schützengräben, Gott sei Dank. Aber jeder von uns in seinem eigenen Leben. Schuld auf so viele unterschiedliche Weisen. An uns selbst, an unseren Mitmenschen und vor Gott. Wenn wir mit uns selbst zu sehr ins Gericht gehen. Wenn wir mehr an uns als an andere denken. Wenn wir die Verbindung zu Gott verlieren, weil wir versuchen, ohne ihn zu leben. Gott will, dass wir leben. Trotz und mit all unserer Schuld. Seine verschwenderische Liebe gilt einem jeden von uns. Egal, wie groß die Schuld ist, die auf uns lastet. Gott will uns freimachen von ihr. Nein, er will nicht nur, er macht uns sogar frei. Er hat es getan. In Jesu Tod am Kreuz. Ein für allemal. Der Verwalter hat unseren Schuldschein zerrissen. Das ist die Botschaft, auch für den heutigen Volkstrauertag, an dem wir wieder an die Schuld denken, die Deutsche in Kriegen und Militäreinsätzen aneinander und an anderen getan haben. Wir sollen leben. Das ist Gottes Wille. Wer erkennt, dass Gott ihn freigemacht hat von aller Schuld, kann anders leben. Wer kann selbst Schuld vergeben, Auseinandersetzungen anders führen, und so manchen Krieg gar nicht erst entstehen lassen. Das eine ist das Geschenk. Das andere unsere Aufgabe. Amen. 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 Vielen Dank.